Leute ich bin hier in einem Hotelzimmer und habe was cooles entdeckt. Hätte ich das gewusst, hätte ich es bei mir auch eingebaut. Das hier ist eine Netzwerkdose in der Wand mit einem integrierten WLAN Access Point. Spart man sich diese klobigen Router oder Access Points, die man normalerweise in der Steckdose steckt. Und die Infrastruktur ist natürlich auch schon da. Super Anbindung mit einem Gigabit Ethernet Kabel.